Die Hinzuverdienstgrenze für Altersrenten 2021 steigt auf 46.060 Euro. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Beitrag auf unserer Internetseite Rentenbescheid24.de veröffentlicht, dass eventuell die Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro für Altersrenten auch im Jahr 2021 erhöht werden soll. Und zwar auf 46.060 Euro. Am 17.12. hat der Bundestag tatsächlich mit dem sogenannten Arbeitsschutzkontrollgesetz beschlossen, dass die Hinzuverdienstgrenze für Altersrenten auch im Jahr 2021 von 6.300 Euro auf 46.060 Euro steigen soll. Weiterhin gilt der sogenannte Hinzuverdienstdeckel für das gesamte Jahr 2021 nicht. Das heißt also, wenn Sie mehr als 46.060 Euro brutto verdienen, wird dann der darüber liegende Betrag zu 40% auf die Altersrente angerechnet. Eine 100%-Anrechnung gibt es auch im Jahr 2021 nicht. Dieser Freibetrag von 46.060 Euro gilt nicht für Renten wegen Erwerbsminderung. Eine großartige Nachricht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Vertraue in seinertle Tür. Dann bitte Sie auf die Aufmermerung. 바�le ich Ihnen ein judo Marsch Зна stal. Ich wünsche Ihnen eine Top-M publikum.